Das wird das wichtigste Video auf meinem Kanal. 2017 hat Behind ein wirklich, wirklich, wirklich schlechtes Video über die Sonic-Reihe gemacht. Oder eher gesagt Sonic 1, weil er eigentlich absolut nicht das Franchise betrachtet. Zur Erklärung, wieso ich dieses Video mache, weil hier irgendein Low-IQ-Internet-Du-bist-nur-in-Sonic-Fanboy-Kind ankommen wird. Nein, es geht nicht darum, dass man Sonic nicht mögen kann. Wenn ihr Sonic nicht mögt, fein. Darum geht's nicht. Das Gefährliche an diesem Video ist, dass es mit ca. 700.000 Aufrufen das bekannteste Video-Essay über Sonic in ganz Deutschland ist. Dazu mit zum Großteil positiver Resonanz. Und auch über 5 Jahre später wird dieses Video oft als Anhaltspunkt genommen, wenn es um das Thema Sonic geht. Und oh hell, na bitte einfach nein. Ich hab nichts gegen Behind. Ich zieh mir ab und zu Videos von ihm rein, bei denen er über Filme oder Serien redet. Weil, das kann er ganz gut. Bin natürlich auch da nicht immer seiner Meinung, aber wenn er über Spiele redet... Naja, er war actually vor vielen Jahren bei Giga und hat dort Spiele reviewt. Aber ganz ehrlich, es ist die richtige Entscheidung gewesen, dass er sich jetzt eher auf Filme und Serien konzentriert. Und deshalb, ganz ausdrücklich jetzt, es geht hier nicht um Behind, sondern um das Video über Sonic, weil es so bekannt ist. Wer ihn hier beleidigt oder in den Kommentaren bei ihm beleidigt oder extra rüber geht zum Disliken, der wird direkt von mir weggebannt. Für immer. Statt dort Negativität zu verbreiten, verbreitet einfach hier Positivität mit Likes und Kommentaren. Normale Meinungen sind auch kein Problem, aber nichts Beleidigendes. Weil ich mache meine Videos und speziell dieses Video hier, um in Deutschland eine nice Sonic-Community aufzubauen und nicht um alles noch schlimmer zu machen. Und das funktioniert. Den einzigen großen Sonic-Discord ohne toxisches Verhalten, mit normalen Diskussionen, den habe ich gemacht. Es ist ein Ort, wo keiner sich für seine Meinung schlecht fühlen muss und seine Sonic-Videos, Artworks und was weiß ich was mit allen teilen kann. Ist für alle zugänglich. Jeder, der da in irgendeiner Art und Weise weiterhelfen würde, kommt einfach auf den Discord. Ich habe da noch viele Pläne. Twitter und Instagram von mir, wo ich Sonic-News, Memes und so weiter ballere. Meine Streams jeden Dienstag und Donnerstag, wo ich ausnahmslos jedes einzelne Sonic-Spiel spiele. Mein Zweitkanal, wo ich auf sowas hier reagiere. Was zur absoluten... Guten Tag. Willkommen, Digga, was ist das? Und die vorhin erwähnten Streams geschnittenen Hochladen. Und natürlich der Kanal hier. Was braucht ihr noch? Epic Games Creator Code Read. Wollt ihr mal eine Bankleitzahl? DE 852. Ich habe alle diese Sachen in der Beschreibung verlinkt. Wenn ihr eine nice Zukunft für Sonic wollt, folgt überall. Ich mache diese Sachen und dieses Video nicht, weil ich der übelste Sonic-Fanboy bin. Sonst hätte ich nicht solche Videos gemacht. Sondern weil ich mich auskenne und dieses dumme Gehetze mit gepaartem Halbwissen über Sonic, mich die ganzen Jahre auf YouTube, Twitch und so weiter so sehr genervt hat, dass ich mich komplett darauf spezialisiert habe, mich eingelesen habe, Sachen gelernt habe und jetzt alle Spiele durchspiele, um sowas faktisch auszukontern. Ich musste mir die letzten Jahre so viel unfassbar dummes Zeug anhören. Und das nebenbei gesagt, nur weil ich erwähnt habe, dass ich Sonic mag. Und ich bin da lange nicht der Einzige. Jetzt bringe ich einfach Sonic-Fans zusammen, damit sie das ab sofort nicht mehr konstant ertragen müssen. Ich will auch nicht, dass es zu Stress kommt, aber auf dieses Video speziell muss ich eingehen, weil es so viele gesehen haben und so viele es als faktisch richtig aufgenommen haben. Teilt das Video deshalb unbedingt mit jeder Person, die das Video von Behind gut findet. Generell teilt es so viel, wie es geht. Schuckt das Video meinetwegen als Bild aus, steckt es in den Briefkasten eures Nachbarn, mir egal. Oder schickt das Video Creatoren, die darauf reagieren sollen. Ich sage diese ganzen Sachen extra, weil 2017 habe ich selber noch die Meinung von Behind aus dem Video übernommen. Und es ist okay zu checken, dass man Sachen falsch gesehen hat und jetzt rationaler denkt. Zu dem Zeitpunkt habe ich halt praktisch gar keinen 2D-Sonic richtig gespielt und dachte, ich mag diese Spiele einfach nicht. Und dann habe ich die Begründungen von Behind einfach übernommen. Und das ist das Schlimme. Alles, was in diesem Video gesagt wurde, wurde einfach so, ohne nachzudenken von mir damals und heute immer noch von vielen anderen übernommen. Deshalb mache ich jetzt diese Gegenmeinung dazu. Ihr kennt wahrscheinlich den Satz, Sonic war noch nie gut. Der Satz kommt aus Amerika und war vor allem von 2014 bis 2017 ein heißes Thema von diesem komischen Mainstream-Internet-Magazin. Dieses IGN-Interview natürlich ein legendäres Beispiel dafür. Der Typ rechts hat außerdem diesen Monat eingesehen, wie dumm das war und sich wortwörtlich sieben Jahre später dafür entschuldigt. Insane. 2014 bis 2017 war die Zeit mit Sonic Boom, falls ihr nicht genau wisst, was da abging. Behind ist der Grund, warum dieser absolut hirnverbrannte Satz in Deutschland überhaupt gesagt wird. Er ist einfach auf den Ami-Bandwagon aufgesprungen. Denn in Deutschland wurde es erst nach 2017 angefangen zu sagen. Behind sagt es öfter im Video und es steht im Titel. Sonic war schlichtweg nie ein gutes Spiel. Sonic war noch nie gut, sagt ja ganz klar aus, dass Sonic anfangs nicht gut war, dass sich mit der Zeit auch nicht geändert hat und heute immer noch nicht gut ist. Und warum so ein Satz absoluter B**** ist, sollte ja eigentlich schon klar sein, aber ich werde es natürlich trotzdem ausführlich erklären. Behind will zwar die ganze Sonic-Reihe damit ansprechen, jedoch gibt es dabei ein Problem. Hier sind die Parts markiert, wo er über was redet. Und naja, wir haben Sonic Mania, Sonic 1, alles easy. Und dann bringt er natürlich, wie soll es anders sein, Sonic 06. Wow. Dann redet er über Sonic R und dann Shadow the Hedgehog. Hä? Stellt euch vor, ich mache ein Video, warum Mario nie gut war. Und rede dann über Hotel Mario, dann über Mario Bros. 1, dann Mario Party 10 und schließe es mit Mario Pinball Land ab. Das macht ja gar keinen Sinn. Er lässt sogar mit Absicht Banger-Spiele aus der Hauptreihe wie Sonic Adventure 1 und 2 weg. Obwohl diese nicht nur stark von den Fans, sondern auch von den Kritikern gelobt worden sind mit einem ca. 85er Score bei beiden Games. Keine davon werden auch nur für eine Sekunde erwähnt. Sogar die vom Mainstream geliebten Titel wie Colors und Generations werden nie in diesem Video erwähnt. Also er nimmt die schlechtesten Picks, wovon einfach mal zwei davon komplette Spin-Offs sind. Und so will er mir erzählen, wieso Sonic nicht gut ist. Ich denke, es ist nicht so schwer zu sehen, dass das Sonic war noch nie gut Video eigentlich nur ein Video gegen Sonic 1 ist, mit ganz wenig extra Erwähnungen von anderen Spielen. Wenn man schon so ein Video machen will, dass ein Franchise nie gute Seiten hatte, dann sollte man schon das allgemeine Franchise länger als 3 Minuten beleuchten, abseits vom ersten Teil. Und ja, es sind wirklich nur ungefähr 3 Minuten, die nichts mit Sonic 1 zu tun haben. Das Sonic Franchise hat von dieser Art von Spielen wie Sonic 1, also Classic Games genannt, halt exakt 5 Spiele, von welchen 4 davon noch vor 1995 rauskamen. Danach kam nie wieder so ein Spiel wie Sonic 1 bis Mania. Also zwischen Sonic 3 und Knuckles und Mania liegen 22 Jahre. Und auf diese Gameplay-Mechanik bezieht er sich das ganze Video über. Es macht auch gar keinen Sinn, sich so lange auf diesen Grundstein zu beziehen, wenn er im ganzen Video nicht einmal eine Sekunde explizit über Sonic 2 oder Sonic 3 und Knuckles redet. Ihr wisst schon, die Nachfolge eines uralten Spiels, die Floss ausmerzen, Sachen verbessern etc. Ähnlich wie Mario Bros 3 oder Mario World zu Super Mario Bros 1. Aber nee, macht ja gar keinen Sinn. Wen jucken schon Nachfolger einer alten Reihe, die viele Probleme beheben? Sonic war schließlich nie gut. Gucken wir uns passend dazu dann doch mal an, was die Kritikpunkte an der Sonic-Reihe sind. Mit frechen Vergleichen verhöhnte man den langsameren Konkurrenten. Sonic war schneller, cooler, frecher und hatte den geileren Schuhgeschmack. Fängt klassisch an mit dem Vergleich zum damaligen Konkurrenten Mario. Euch ist vielleicht aufgefallen, dass ich in diesem Video auch schon mehrere Mario-Vergleiche gekickt habe. Liegt ganz einfach daran, dass die Mehrheit der Leute die Mario-Vergleiche am ehesten verstehen. Ich bin ganz klar der Meinung, dass es 0% Sinn macht, diese Reihen zu vergleichen. Weder damals noch heute. Sie haben praktisch nichts gemeinsam, außer dass es Jump'n'Runs sind. Für Sega hat es damals Sinn gemacht, so einen Krieg anzufangen für Aufmerksamkeit. Aber gameplaytechnisch hat es nie Sinn gemacht. Leider sind die Vergleiche mit Mario bis heute geblieben. Schlecht für Sega. Das Problem ist, dass wenn ich Sonic nie mit Mario vergleiche, werden es andere Leute trotzdem immer weitermachen. Wie zum Beispiel Behind, der im Video öfter Sonic mit Mario vergleicht. Oder auch im Titel, wo er sagt, dass Sonic der ewige Zweite war. Ich meine klar, Sonic war nie wirklich auf der Nummer 1. Na und? Was ist denn schlimm daran, der Zweite zu sein? Oh nein, wir sind jetzt wohl nur auf Platz 2 der weltbekanntesten Videospielcharaktere der Welt. Das bedeutet ja, die Spiele können gar nicht gut sein. Ach so. In seinem Buch The Theory of Fun in Game Design schreibt der Spieldesigner Rav Costa, die Essenz guten Spieldesigns ist es, dem Spieler die eigenen Regeln beizubringen und dann abzufragen. Warum er dieses Zitat erwähnt? Keine Ahnung. Er hätte es auch einfach an sich so erklären können, weil das ziemlich Basic Knowledge ist. Natürlich versucht ein Spiel einem was beizubringen, während man spielt. Es ist auch nicht so, dass der Autor Rav Costa ein Riesenname ist. Er hat ein paar Spiele gemacht, die mal mehr gut, mal weniger gut ankamen und generell nicht viele. Also krass Credibility, dass er das ausgerechnet sagt, bietet das nicht. Aber nur kleiner Joke, als ob ihr dachtet, dass ich nicht weiß, warum das im Video drin ist. Der einzige Grund, warum er dieses Video macht, sind ja nur diese Schundblätter aus Amerika. Und naja, dieses Zitat hat er halt mal 1 zu 1 so geklaut, weil The Guardian das erwähnt hat. Behind weiß wahrscheinlich nicht mal, wer Rav Costa ist. Super Mario Bros. macht das zum Beispiel exzellent. Die Spielfigur befindet sich im Zentrum des Bildschirms. Rechts davon sieht man stets, welche Hindernisse das Spiel einem in den Weg stellt, was auf einen zukommt, was man wann und weshalb zu tun hat. Hier wendet man das Gelernte gleich hüpfend an und wird dann direkt mit Erfolgserlebnissen belohnt. Das ist perfektes Game Design. In Sonic sieht der Lerneffekt ungefähr so aus. Was ich daran so interessant finde, ist, dass, naja, alle diese genannten Dinge sich auch 1 zu 1 so auf Sonic beziehen lassen. Er ist in der Mitte, rechts sind die Hindernisse und man sieht, was man tun soll und wird dann belohnt. Seine Erklärung von perfektem Game Design klingt eher nach einer Beschreibung von einem ganz Basic Platformer. Was, wenn ich das umdrehen würde und sagen würde, Sonic ist im Zentrum des Bildschirms. Man sieht rechts die Gefahren und Hindernisse, die auf einen zukommen und was man wann und weshalb zu tun hat. Man wird dann mit Erfolgserlebnissen belohnt. Bei Mario hingegen sieht der Lerneffekt so aus. Also seine Aussage hat gar keine Gewichtung. Diese von ihm genannten Punkte sind der Grundbaustein von 2D Jump'n'Runs und nicht Peak Game Design. Das Reinrasen in ein Spike widerspricht dem Zitat aus dem Buch nicht mal. Man kann auch denke ich sagen, dass Sonic das schwerere Spiel von den beiden ist und es deshalb dazu kommt, dass man bei Sonic öfter getroffen wird. Das kommt natürlich von der Schnelligkeit von Sonic. Zur Geschwindigkeit kommen wir gleich. Er nennt aber noch einen anderen Vergleich mit Mario und zwar diesen hier. Nintendo ist mit Super Mario auch deshalb über all die Jahre und Konsolengenerationen hinweg erfolgreich geblieben, weil man sich stets auf die Kernprinzipien konzentriert hat. Klar, hier und da kamen neue Features dazu, aber im Grunde ging es stets um ehrlichen, puren Hübschspaß. Alleine wenn man betrachtet, dass Mario beim Sprung in 3D einfach zu einem Collector von wurde, sieht man, dass das absolut nicht stimmt, was er sagt. Man hat ja nicht einmal mehr dasselbe Ziel. Sogar Sonic ist mit seinem Sprung in 3D treuer geblieben als Mario. Klar war bei Sonic irgendwann ein Werehog im Bild. Aber wie willst du mir dann den riesigen realistischen Drachen in Mario Odyssey erklären? Was hat das mit dem zu tun? Kann ich doch dann genauso fragen. In Sonic ging es genauso wie in Mario immer schon nur um den Hübschspaß. Mario wollte nie mehr sein, als es ist. Aber während Nintendo so die Formel für Spielspaß immer wieder neu definierte, liefen drüben bei Sonic irgendwann die Charaktere mit einer Panzerfaust durchs Bild. Und ja, genau, Mario ist immer treu geblieben, aber hat den Hübschspaß neu definiert. Richtig? Mit zum Beispiel diesem Spiel. Diesem hier. Diesem, diesem und diesem hier. Das, was er als so einen positiven Punkt darstellt, ist das, was die 2D-Marios praktisch komplett eigenhändig umgebracht hat. Es war immer dasselbe, tot und seelenlos. Die haben dabei rein gar nichts neu erfunden. Ich spiele lieber Shadow the Hedgehog als Musical Mario Bros. 2. Es macht an sich schon keinen Sinn, Mario und Sonic zu vergleichen. Aber so erst recht nicht. Die Spielfigur kann in der Theorie verdammt schnell sein, wird aber in der Praxis alle 3 Sekunden unsanft ausgebremst. Denn genau das hier passiert immer wieder. Sonic beschleunigt und donnert dann in eine Wand. Oder in ein tödliches Hindernis, oder in Abgrund, oder in Gegner. Das ist ein bisschen so, als würde man das neue Forza spielen und dann geht alle 2 Meter der Motor aus. Ich kann dazu nur sagen, peinlich. Ist Ihnen das selber nicht aufgefallen? Er vergleicht das Reinrasen in Stacheln damit, dass das so wäre, wie wenn in Forza alle paar Minuten der Motor ausgehen würde. Sein Gameplay, naja, zeigt wie jemand seine Geschwindigkeit in Forza komplett falsch einschätzt und fährt gegen die Leitplanke ballert. Hm, ist ja fast so, als würde der Vergleich keinen Sinn machen. Der Vergleich wäre nämlich, dass das Reinrasen in die Stacheln dasselbe ist, wie das Reinrasen in eine Wand bei Forza. Also beides zu hohe, falsch eingeschätzte Geschwindigkeiten auf Leveln, beziehungsweise Strecken, wo man sich nicht so auskennt. Es ist so simpel und er selber blendet sogar das Gameplay ein und versteht trotzdem seinen eigenen Vergleich nicht. Und dann ist das so im Endprodukt drin. Er hat damit seine ganze Argumentation, die er davor aufgebaut hat, komplett selber zerstört. Das Problem ist, dass er das Prinzip der Geschwindigkeit in Sonic auch gar nicht zu verstehen scheint oder verstehen will. Dieses wahnsinnig schnelle Spiel, was mir die Werbebotschaft da versprach, das gab es gar nicht. Sonic war natürlich wesentlich flinker als die meisten Jump'n'Run-Helden seiner Zeit. Aber wirklich uneingeschränkt ist er das nur an speziellen Punkten in den Levels. Wenn er zum Beispiel auf Jump-Heads tritt oder in ein Looping befördert wird. Aber in diesen Situationen spielt sich das Spiel dann praktisch von selbst. Er meint, dass die Werbung einem sagt, guck mal, du bist so schnell, aber bist da nicht schnell. Dass das alleine schon Bock ist, weil wenn Sonic auch ausgebremst wird, man immer noch weitaus schneller ist als in so ziemlich jedem anderen Plattformer, lassen wir einfach mal weg. Das Prinzip der Geschwindigkeit bei Sonic ist es, dass du die Möglichkeit hast, sehr schnell zu sein, sie dir aber selber verdienen musst. Bedeutet, dass du natürlich nicht wie eine tote Katze vor deinem Bildschirm sitzen kannst und dann auf einmal erwartest, dass sich das Level mit 300 kmh durchspielt. Zugegeben ist das in Sonic 1 auch noch nicht ganz ausgereift, da es einfach zu viele langsamere Passagen gibt, wo man warten muss. Naja, wie gesagt, bei Sonic 1. Denn bei Sonic 2, 3 und Knuckles, CD und Mania funktioniert das zum Großteil einbahnfrei. Die automatischen Stellen, um den Speed beizubehalten, klingen vielleicht auf dem Papier langweilig oder nervig, aber fließen unglaublich gut ins Spiel ein und lassen einen damit richtig schnell fühlen, auch wenn man neu ist und nicht der beste Spieler. In diesen Passagen muss man aber trotzdem reagieren, da man nach diesen automatischen Stellen meistens reagieren muss, um seine Geschwindigkeit beizubehalten, indem man zum Beispiel über einen Spring springt. Geschwindigkeit einschätzen und reagieren ist wichtig in Sonic. Vielleicht spammt man nicht alle drei Sekunden den Spindash, wenn man nicht weiß, was gleich kommen wird. Erst beim zweiten, dritten, vierten Durchspielen kannst du das machen. Die Idee dahinter ist, das Spiel so oft zu spielen, bis man die Level im Schlaf schafft, auch wenn man anfangs struggelt. Das Spiel hat genau deswegen im Vergleich zu anderen Spielen so wenig Bestrafung, wenn man getroffen wird, weil man halt vor allem anfangs oft getroffen wird. Deshalb muss man nur einen einzigen Ring aufheben und ist wieder Full-HP. Und dadurch ist das Lernen der Level viel einfacher. Wie Raph Costa in A Theory of Fun auch sagt, wir nennen es Üben. Und je mehr wir es tun, desto weniger denken wir darüber nach, was wir tun. Sonics Levels sind im Gegensatz zur Konkurrenz weit weniger geradlässig, sondern sehr weitläufig. Das ist für den Vertretern des Metroidvania Genres eine tolle Sache. Bei klassischen Jump'n'Runs macht sowas hier aber keinen Sinn. Das ist als Beispiel nur mal die Karte des ersten Levels. Metroidvania. Ganz komischer Vergleich. Aber warum sollten denn solche weitläufigen Level keinen Sinn machen? Ja, das ist das erste Level und wenn man die Map betrachtet, sieht das nach viel aus. Wenn ihr es aber erstmal gespielt habt, merkt ihr, dass das gar nicht so viel ist, wie es aussieht und es unglaublich gut funktioniert, diese mehreren Wege übereinander zu haben. Und vor allem ist das nicht kompliziert oder so. So sieht das aus beim Spielen. Es ist nicht so, als wäre das eine unübersichtliche Kreuzung bei Metroidvanias. Ich finde es auch lustig, wie er sagt, das ist nur das erste Level, weil er damit anspielen will, dass die Level danach noch größer und noch mehr werden. Obwohl die Level danach so aussehen. Denn Sonic 1 hat das große Problem, dass es zu linear ist und nach Green Hill die Level sehr langsam werden. Fast immer nur ein Weg und viel warten. Offensichtlich hat er sich mit den Leveln einfach nicht gut auseinandergesetzt und man merkt richtig oft im Video, dass er nicht so wirklich Ahnung von dem Spiel hat. Bei einem normalen Durchlauf wird man nie alle Teile des Levels zu Gesicht bekommen. Als Spieler fand ich das damals verdammt unbefriedigend. Irgendwie hatte ich immer das Gefühl, dass mir etwas entgeht, weil ich an großen Teilen der Levels einfach vorbeijage. Und auch der Wiederspielwert hat sich dadurch nicht erhöht. Denn einerseits gelangt man in viele Bereiche eher zufällig, weil man mal wieder gegen ein Jump Pad gelaufen ist. Andererseits ist oftmals gar nicht richtig ersichtlich, welche Teile des Levels nun passierbar sind und welche nicht. Richtig, man soll in einem Durchlauf nicht alle Wege sehen. Das ist eine Designentscheidung. Es ist immer noch kein Metroidvania. Und nur weil er hier stumpf behauptet, dass der Wiederspielwert sich dadurch nicht erhöht, heißt das nicht, dass es stimmt. Denn ja, wie er sagt, manchmal passiert es. Plötzlich rast man in einen Spring rein, der einen auf einen Weg schickt, wo man eigentlich nicht lang will. Ziemlich offensichtliche, einfache Schlussfolgerung. Beim nächsten Replay weißt du, ah, gleich kommt die Stelle mit dem Spring, da muss ich springen. Und wenn du das vielleicht bei diesem Versuch nicht schaffst, dann beim nächsten Mal. Es ist nicht so, als wäre es unmöglich, bestimmte Stellen zu erreichen. Sonic ist nicht unkontrollierbar. Du hast die Kontrolle. Ich verstehe auch nicht, wieso er so tut, als wäre es nicht klar, wo man hin muss. Nur weil du jetzt die ganze Zeit Metroidvayners im Kopf hast, heißt es nicht, dass du hier irgendwie kompliziert denken musst. Ein kleiner Tipp, du musst nach rechts gehen. Oder dem Weg folgen. In jedem einzelnen Level. Das war's. Gern geschehen. Der Designer des Spiels, Naoto Oshima, hat in einem Interview verraten, dass seine größte Inspirationsquelle die in den 80ern noch wahnsinnig populären Flipperautomaten waren. Und da wird schon einiges klar. Denn Flippertische funktionieren anders als Videospiele. Ein zentrales Element der Automaten ist es, eben keine Kontrolle zu haben. Sobald man die Kugel losschickt, ist man ganz und gar den Hindernissen ausgeliefert. Als Spieler kann man dann gerade noch so reagieren und hat höchstens marginalen Einfluss auf Geschwindigkeit und Laufbahn der Kugel. Das Prinzip von einer Flipperkugel ist eine Inspirationsquelle für die Physik von Sonic. Es ist aber immer noch ein Videospiel. Sonic hat eine Inspiration an Flippern, ist aber offensichtlich kein Flipperautomat. Man muss gar nicht so tun, als hätte man keine Kontrolle mehr, nachdem man losrast. Du kannst springen, dich im Flug kontrollieren und so weiter. Ich weiß auch nicht, warum das hier so hingestellt wird, als würde man einen Spindash machen. Und dann darf man 30 Sekunden zuschauen, was passiert und muss hoffen, dass man das Level schafft. Kommt Sonic zum Stehen, wird das Geschehen nämlich plötzlich wahnsinnig träge. Und zwar, weil die Trägheit anprogrammiert ist. Auch das orientiert sich an der Physik einer Flipperkugel. Sonic muss, um auf Touren zu kommen, erst Momentum aufbauen. Selbst in der Luft steuert er sich seltsam schwerfällig. Ja, durch die Flipper-Elemente gibt es bei den Classic-Sonic-Spielen eine gewisse Trägheit. Aber genau das ist ja der Point. Du sollst deine Geschwindigkeit beibehalten, damit du nicht wieder neue Speed aufbauen musst. Das ist der Skill in dem Spiel und das Gefühl, was es so befriedigend macht, wenn du die Level erstmal richtig gelernt hast, dass du komplett durchrushen kannst. Wie er selber sagt, das ist anprogrammiert. Du musst die Geschwindigkeit und das Momentum des Spiels kontrollieren. Das musst du lernen und so kommt auch der Lerneffekt wahnsinnig schnell. Und dazu ist es ja nicht so, als wäre Sonic ein Panzer, wenn er langsam ist. Ihr nehmt einfach immer nur euer Momentum mit, sodass wenn ihr Speed habt und dann springt, dass ihr dann auch nach vorne katapultiert werdet. Ein viel besserer Vergleich als ein Flipper wäre hier eine Bowlingkugel. An sich ist sie ein schweres Objekt, aber kann sehr viel Geschwindigkeit mit sich führen durch das Momentum. So wie hier in diesem Beispiel. Das hat nichts mit schlechtem Gamedesign zu tun. Ganz im Gegenteil. Das ist genial, unfassbar spaßig und einzigartig. Am Ende bleibt da nicht nur der Lerneffekt aus, sondern auch Frust zurück. Im Grunde ist es paradox. Ein Spiel, welches mit atemberaubenden Geschwindigkeiten wirbt, bestraft euch immer dann, wenn es schnell wird. Dabei ist man nicht mal selber schuld. Eigentlich macht man ja nur das, was das Spiel von einem erwartet. Noch mal. Nein, es geht in Sonic darum, dass du dir die Geschwindigkeit verdienst. Der Lerneffekt sieht so aus, dass du an diesen Stellen getroffen wirst und sie dir dadurch anfängst einzuprägen, so dass du das Placement der Feinde, Springs oder Stacheln sehr schnell fast komplett auswendig kannst. Entweder machst du das, indem du Fullspeed in die Feinde reinrast oder indem du etwas langsamer spielst und es so lernst. Beides ist möglich und es führt nie wirklich zu Frust, weil es keine wirkliche Bestrafung gibt, getroffen zu werden. Die einzige Bestrafung ist, dass du deinen Speed verlierst. Das bedeutet, ihr geht bei einem Treffer kaum Risiko ein, weil ihr sehr wahrscheinlich nicht sterben werdet. Es ist allerhöchstens unbefriedigend, dass ihr euren Speed verliert. Dadurch kommt auch dieser Kick, lernen zu wollen, wie man diese Level richtig spielt, indem man sie zwei, drei, vier, fünf, sechs Mal spielt, bis man sie richtig gut raus hat. Nehmen wir als Beispiel nochmal Forza. Das Spiel verspricht ja auch Super Sport Autos mit 400 plus kmh, aber beschwerst du dich, wenn du in eine Wand reinrast und gibst dem Spiel dafür die Schuld? Um die Strecken gut zu fahren, musst du sie erstmal kennen und wenn dann mal eine Kurve kommt, musst du eben vom Gas gehen. Nur weil das Spiel so schnell sein kann, muss es nicht bedeuten, dass es 100% der Spielzeit auf 400 kmh abgehen muss. Manchmal muss man eben langsamer werden, dann ein bisschen schneller und dann kann es auch mal sein, dass man irgendwo gegenläuft oder fährt und seinen Speed verliert. Wenn man sich die Geschwindigkeit nicht verdienen müsste, dann würde sich das Spiel ja auch nur automatisch spielen, beziehungsweise wäre eine gerade Linie. Das wäre in Forza genauso langweilig wie in Sonic. Selbst in den Boost-Spielen, wo du auf Knopfdruck Fullspeed kommst, musst du dir das flüssige Durchkommen verdienen. Es ist kein schlechtes Game Design, dass man ein Spiel erst lernen muss. Die Classic Games sind Meisterwerke, was das angeht und ich bin es satt, so zu tun, als wäre es nicht so. Sonic ist halt schnell, aber wie sich das sinnvoll in ein dazu passendes Spielerlebnis einbauen lässt, wie daraus mehr als nur ein Gimmick wird, darüber hat man sich keine Gedanken machen wollen. Sonic ist und war schon immer ein Spiel der Widersprüche. Es will, dass ihr beschleunigt und dann wieder nicht. Es katapultiert euch an goldenen Ringen vorbei, erwartet aber, dass ihr stehen bleibt, um diese zu sammeln, weil nur das vor dem frühen Bildschirm totrettet. Es bietet ausufernde Levels, lässt euch aber an großen Teilen des Spiels einfach vorbei rennen. Und es ist ein Spiel der Repetitive. Es erwartet, dass man die Levels auswendig lernt, weiß, wo welche Gegner warten, wann man Ringe findet. Aber es lässt euch anders als ein Super Meat Boy nicht sofort wieder von vorn beginnen oder wie in Metroidvanias verpasste Bereiche erkunden. Es ist wirklich krass, wie man so sehr etwas missverstehen will. Jeder einzelne Punkt, den er aufzählt, hat im entferntesten rein gar nichts mit irgendeinem Widerspruch zu tun. Was widerspricht sich denn, wenn du einen Charakter hast, der sehr schnell sein kann, aber du dafür auch passend spielen musst, beziehungsweise es auch mal kurz langsamere Stellen gibt? Richtig, nichts. Die ausufernden Level und der Widerspielwert sind auch keine Widersprüche, sondern genau das Gegenteil. Sie komplementieren sich, sodass du das Spiel öfter spielen willst, um mehrere Sachen zu finden, neue Wege zu gehen und schneller durchzukommen. Es ist doch so offensichtlich. Als kurzes Beispiel, in Sonic 1 Scrap Brain Zone Act 3 müsst ihr diesen Weg gehen, der echt lange dauert und nervig ist. Aber wenn ihr es schafft, schneller als die Plattform zu sein und diesen Weg hier zu gehen, dann skippt ihr einfach fast das ganze Level. Das sind so Kleinigkeiten, die ihr nach und nach bei jedem Replay immer und immer dazulernt. Deshalb sind die Classic-Spiele ja auch so verdammt kurz. Du sollst sie öfter spielen. Sonic 1 kannst du jedes Mal vorm Schlafen gehen in 40 Minuten durchballern, weil es einfach so viel Spaß macht. Und sein komischer Vergleich mit Super Meat Boy macht so keinen Sinn. Meat Boy ist ein ganz anderes Spiel, was darauf ausgelegt ist, dass du nach einem Hit stirbst und Trial and Error mäßig versuchst, die Level zu schaffen. In Sonic bist du nicht One-Hit und bist nach einem Ring direkt wieder volles Leben. Wieso sollte man also nach zwei Minuten im Level neu starten müssen, nur weil man getroffen wird? Was ist diese Denkweise? Dieser Vergleich macht ja gar keinen Sinn. Das wäre doch schrecklich. Und der Metroidvania-Vergleich schon wieder ist mal so aus dem Nichts gegriffen. Wie in aller Welt kommt er von Sonic 1 zu Metroidvanias? Also, was? Das ist ja nicht mal dasselbe Genre an Spielen. Ist okay, wenn du die Spiele mehr magst und das Prinzip davon. Kann ich verstehen. Aber was hat das mit Widersprüchen und generell Sonic-Spielen zu tun? Kein einziger Metroidvania-Aspekt würde in Sonic passen, geschweige denn das Spiel verbessern. Sonic-Spiele sind Jump'n'Runs, die von links nach rechts gehen. Wieso solltest du plötzlich auf einmal irgendein anderes Ziel haben, bei dem du das ganze Level nach und nach durchgehen musst und in irgendwelche Bereiche reingehst, wo du vorher nicht rein durftest? Du hast 10 Sekunden die Levelkarte von Green Hill in Sonic 1 rausgezoomt gesehen und tust jetzt so, als hätte das irgendwas mit Metroidvanias gemeinsam. Wenn du einen Sonic-Metroidvania willst, dann spiel meinetwegen Tales Adventure. Falls ihr nicht zufällig die Reaktionszeit eines Insektes besitzt, das waren jetzt ungefähr 0,3 Sekunden. Die Jungs vom Channel Previously Recorded haben sogar mal nachgemessen, wie viel Zeit man als Spieler hat, um ein Hindernis zu erkennen, wenn Sonic auf Höchstgeschwindigkeit beschleunigt. Eine Viertelsekunde, mehr bleibt euch nicht. Wirklich reagieren kann da eigentlich keiner. Ja genau, die Jungs von Previously Recorded haben es nachgemessen. Was diese Randoms jetzt wieder in Credibility haben sollen, keine Ahnung. Aber ich hab mir das Ganze mal angeguckt. Abgesehen davon, dass die Video sehr schlecht ist, F*** This Game, besteht ihre Messung aus gezählten Frames. Aber erstens ist das, was sie gemessen haben, nicht die Höchstgeschwindigkeit von Sonic, sondern nur sein Topspeed beim normalen Laufen. Sonic kann in den Spielen noch weitaus schneller sein. Aber egal, rechnen wir mal damit. Zweitens haben sie die Frames falsch gezählt, weil sie ein 60 FPS Spiel mit 30 FPS aufgenommen haben und deshalb in ihrer Aufnahme manche Frames fehlen. Nach ihrer Messung sind es 8 Frames, aber nach meiner Messung sind es, auf 30 FPS gerechnet, 11 Frames. Das wären 370 Millisekunden Zeit. Wenn da statt einem Feind, der auf einen zuläuft, ein Spike oder ein stehender Feind wäre, hätte man sogar noch mehr Zeit. Die durchschnittliche Reaktionszeit eines Menschen liegt bei 180 Millisekunden. Das habt ihr vielleicht auch in der Fahrschule gelernt. Naja, klingt ja schon mal so, als hätte man mehr als genug Zeit. Wir müssen aber noch den Delay dazu rechnen. Bei Monitoren liegt er bei so ca. 15 Millisekunden, bei normalen Fernsehern aber eher so bei 40. Nehmen wir also die 40. Wären dann ca. 220 Millisekunden, die er mindestens Zeit braucht. Also man hat praktisch 150 Millisekunden extra Zeit zum Reagieren. So zu tun, als wäre das menschlich nicht möglich zu reagieren, ist einfach lächerlich und faktisch widerlegbar. Sonic ist ein schnelles Spiel, was Reaktion und Fokus ganz groß schreibt. Also muss man sich logischerweise auch sehr konzentrieren, wenn man gut abschneiden will. Oder man spielt halt etwas langsamer. Mal abgesehen davon, dass Getroffenwerden keine große Bestrafung ist. Außerdem, wenn ihr eine sehr schnelle Reaktion habt, dann könnt ihr auch locker in 130 Millisekunden reagieren. Und dann noch gepaart mit einem Monitor, der 15 Millisekunden Delay hat, dann seid ihr gerade mal bei 145 Millisekunden von 370, die er Zeit hat. Um einen draufzusetzen, die originale europäische PAL-Version, also die, die Behind als Kind gespielt haben muss, läuft sogar nur in 50 Hertz. Es ist also praktisch in leichter Zeitlupe. Ungefähr 17% langsamer. Das bedeutet, dass man in der Version sogar ca. 430 Millisekunden Zeit hat. Wir können aber auch statt einer alten Version eine neuere Version nehmen, wie zum Beispiel die 16 zu 9 Version jetzt bei Sonic Origins. Da haben wir 470 Millisekunden Zeit. Also weitaus mehr als genug. Ich kann euch Sonic Origins außerdem sehr stark empfehlen für so 20 Euro, speziell wenn ihr die Classic Games noch nie gespielt habt. Und auch wenn ich euch jetzt erklärt habe, dass ihr genug Zeit zum Reagieren habt. Es geht nicht nur um Reaktion, sondern auch darum, die Level auswendig zu lernen. Also ja, super Messung, previously recorded und hat super zum Video beigetragen. Für mich sind genau das die Gründe dafür, weshalb Sonics Schritt in die dritte Dimension nie von Erfolg gekrönt war. Wenn schon der Urvater der Reihe in 2D-Spielmechanisch schwerwiegende Probleme hat, wie sollte es dann der nachfolgenden Generation anders gehen? Wenn die von dir genannten Punkte angeblich die Gründe waren, warum Sonic in 3D nicht funktionieren kann, dann erklär mir mal bitte, wieso Sonic in 3D sich nicht wie ein Flipper steuert, die Level meist sehr linear und übersichtlich sind und man endlos viel Zeit zum Reagieren hat. Erklär mir bitte, wieso sich kein einziger deiner genannten Kritikpunkte auch nur auf ein einziges 3D-Sonic-Spiel beziehen lässt. Also was sind denn dann die Gründe, weshalb ein 3D-Sonic nicht funktioniert? Sein einziger wirklicher Kritikpunkt, der sich nicht nur auf Sonic 06 bezieht, ist der hier. Auch hier hat man null Kontrolle über die schnellen Sequenzen in Loopings oder auf Schienen. Auch hier versagt das Spiel, wenn das Tempo mal nachlässt. Automatische Sektionen. That's it. Also okay, kann man kritisieren. Aber ganz ehrlich, nur weil man für eineinhalb Sekunden mal nichts aktiv drücken muss, ist das Spiel nicht komplett wack und unspielbar. Ich habe vorhin schon die automatischen Sequenzen erklärt. Und das ist dann der einzige Kritikpunkt, den er zu allen 3D-Sonic-Spielen äußert im ganzen Video. Wow. Dass er sagt, dass das Spiel scheitert, wenn man langsam ist, macht auch gar keinen Sinn, weil wie ich schon gerade gesagt habe, steuert sich Sonic in Spielen wie 06 und Adventure sehr präzise und klar und nicht mehr wie eine Flipperkugel in den Classic Games. Man hat also gar keinen Nachteil oder eine Einschränkung, wenn man langsam ist. Warum nach diesem Satz dann auch auf einmal Sonic-Boom-Gameplay gezeigt wird, weiß auch keiner. Auch hier versagt das Spiel, wenn das Tempo mal nachlässt. War natürlich aber auch ganz wichtig, einen Sonic 06-Part im Video drin zu haben, um darauf seine Beispiele zu beziehen. Gebe ja auch keine besseren Spiele dafür, weil damit kann man ja schließlich zeigen, wie Buggy die Spiele von Sonic Team immer sind. Ist ja nicht so, als wären Sonic 06 und Sonic Heroes die einzigen Buggy-Spiele vom Sonic Team. Ach so, doch, genau so ist es. Ach so, na dann. Er redet ja bestimmt noch über viele andere Mainline-Sonic-Spiele außer Sonic 1 und Sonic 06, wo man die Punkte dann noch besser drauf beziehen kann, richtig? Mit Sonic R versuchte Sega konsequenterweise das Spiel auf die Essenz des Schnellseins herunterzubrechen, dass man dafür aber auch eine halbwegs passable Grafik oder eine annähernd brauchbare Steuerung braucht. Das kam ihnen offenbar nicht in den Sinn. Was ist dieses Video? Ich werde in diesem Video nicht auf einen Sonic Spin-Off Racer eingehen. Aber kurz gesagt, er versteht auch dieses Spiel nicht, denn es steuert sich nicht wie ein 3D-Plattformer, sondern wie der Name auch schon sagt, wie ein Racer. Die Charaktere steuern sich wie Autos, so als ob sie vier Räder hätten, nicht wie Charaktere aus einem 3D-Plattformer, auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht so aussieht. Krass, dass er außer diesen Games nur noch fünf Sekunden über Shadow the Hedgehog redet und sagt, dass es nichts mit Sonic Games zu tun hat. Aber was das hier... Fight! No! No! Spare me! ...mit dem hier zu tun haben soll, stehen nicht einmal mehr beinharte Fans. Er hat in diesem Video mehr Spiele aus anderen Franchises erwähnt als Sonic-Spiele selber. Man kann ja mal ein, zwei Beispiele von anderen Franchises drin haben. Aber erst Mario, dann Metroidvanias, dann Forza, Super Meat Boy und dann noch das hier? Ein großartiges Beispiel, wie man Geschwindigkeit in ein 2D-Jump'n'Run integrieren kann und dem Spieler dabei trotzdem noch die nötige Kontrolle überlässt, liefert zum Beispiel Rayman Legends. Da gab es diese brillanten Passagen hier. Da verschmelzen dann Höchstgeschwindigkeit mit Rhythmusgefühl, toller Musik und einer brillanten Präsentation. Und das rockt. Wortwörtlich. Was sind das denn durchgehend für Vergleiche und Beispiele? Nichts von diesen Sachen hat irgendwas mit Sonic zu tun und keiner dieser Sachen würde Sonic verbessern oder sich auf Sonic übertragen lassen. Sonic ist kein Rhythmusspiel, also wieso kommt ihr es auf einmal mit Rhythmusspielen an? Die Riesenlevel mit vielen Wegen sind doch eine der wichtigsten Teile an Classic-Sonic-Games. Wieso sollte denn jetzt einem die komplette Kontrolle genommen werden, dass man einen Autorunner hat, bei dem man auf die Melodie richtige Knöpfe drücken muss? Das ist doch ein Riesenwiderspruch zu dem, was er kritisiert hat, wenn er sagt, dass man wenig Kontrolle hat in Sonic-Spielen. Weitläufige Level mit Wiederspielwert funktionieren anscheinend in seiner Welt nicht, weshalb er konstant Sachen nennt, die er mehr mag, um das so zu argumentieren, dass die Spiele besser sind und besser funktionieren, ohne zu sagen, wieso das jetzt so bei Sonic funktionieren würde. Denn es kommt direkt nochmal ein Vergleich. Und dass man nicht unbedingt wie ein Irrer durch die Levels hetzen muss, um Geschwindigkeit zu erzeugen, hat beispielsweise Ori and the Blind Forest gezeigt. Da gibt es immer wieder Passagen, in denen man unter Zeitdruck einer Flutwelle entkommen muss. Es ist dann angenehm knifflig, steuert sich aber präzise und direkt. Und das sind jetzt nur zwei Beispiele. Ich bin mir sicher, euch fallen in den Kommentaren sogar noch weitere ein. Und dann sagt ihr noch, eine fallen bestimmt noch mehr Beispiele ein. Bestimmt fallen mir noch mehr Beispiele ein, wo Spiele schnell sind. Und dann, was hat das mit irgendwas zu tun? Weil andere Spiele aus anderen Gründen schnell sind, ist das auf einmal ein ausschlaggebender Punkt, warum Sonic nicht funktioniert oder wie? Behind scheint Sonic einfach nicht zu verstehen und will es auch irgendwie gar nicht. Er ignoriert offensichtliche Punkte oder dreht sie so, dass sie unlogisch erscheinen, ohne weiter darauf einzugehen. Er mag halt offensichtlich Sonic-Spiele nicht und hat sich das hiermit irgendwie versucht zu erklären, stolpert aber einfach nur mit leeren Worten oder komischen Schlussfolgerungen vor sich hin. Wenn ihm Sonic zu schnell ist und er darauf nicht klarkommt, ist das gar kein Problem. Dann sollte man das aber auch sagen, statt es im Video wie einen Fakt hinzustellen, dass es schlechtes Game Design wäre. Sonics stärkste Elemente sind der Wiederspielwert und das damit verbundene Erfolgserlebnis, immer besser zu werden. Eine Sache, die mich stark irritiert, ist, dass er ja im Video öfter darauf anspielt, dass er schon als Kind Sonic 1 gespielt hat. Als ich 1991 dann meine eigene Version von Sonic in den Händen hielt, Um das nochmal zu verdeutlichen, in seinem Sonic Film 2 Video erläutert er noch einmal ausführlich, dass er Sonic und generell Sega Fan war. Als Side-Note, hier erwähnt er auch nochmal, dass er Sonic-Spiele nicht mag. Also steht er zu einem gewissen Grad auch 2022 immer noch hinter seinem 5 Jahre alten Video. Aber das mal nur so nebenbei. Nun mag ich die Videospiele zwar nicht allzu gern, das habe ich schon mal in einem Video gesagt. Und explizit in diesem Video erwähnt er, dass Sonic 1 einer seiner ersten Videospiele war und zeigt darauf, dass hier war eins meiner allerersten Videospiele. Das ist ja Sonic 1, nicht wahr? Ja, theoretisch ist das Sonic 1. Es ist aber Sonic 1 für das Master System. Ein Spiel, das mit dem originalen Sonic 1 für den Mega Drive rein gar nichts gemeinsam hat. Es ist ein anderes Spiel mit demselben Namen für eine andere Konsole. Jetzt frage ich mich nach seinem kompletten Unwissen zu Sonic 1, Hatte er als Kind nie das richtige Sonic 1 gespielt, sondern seine Erfahrungen mit dem Spiel gemacht und gedacht, es wäre das richtige Sonic 1? Weil wenn ja, dann erstens peinlich. Und zweitens kann ich verstehen, warum man von Sonic abgeneigt ist, weil es ist echt kein gutes Spiel. Ich hoffe zumindest mal, dass er vor diesem Video dann noch das richtige Sonic 1 nachgeholt hat, aber um ehrlich zu sein, bezweifle ich das. Und ich denke, um ehrlich zu sein, dass er als Kind die Master System Version gespielt hat. Weil wie würde er sonst dieses falsche Spiel für die falsche Konsole dahin stellen und ihm würde es nicht auffallen? Richtig, indem er exakt diese Version mit dieser Hülle als Kind hatte und das als richtiges Spiel erachtet. Das Ding steht außerdem in fast allen seinen Videos im Hintergrund. Man merkt, wie wenig sich Behind wirklich mit der Sonic-Baterie auseinandergesetzt hat. Vor allem bei so einem großen Thema wie die ganze Sonic-Reihe, wo man eigentlich ganz viel recherchieren muss. Wie gesagt, er erwähnt kaum Spiele der Reihe, geht kaum richtig auf die Spiele ein, die er erwähnt, und hackt eigentlich von Anfang bis Ende nur darauf rum, was ihm an der Design-Philosophie von Sonic 1 nicht gefällt. Nur die Design-Philosophie! Er redet ja nicht mal darüber, wie sich diese Ideen aufs Spiel auswirken, sondern er sagt lieber, wie fatal es ist, dass Sonic auf Flipper-Automaten aufbaut, ohne zu sagen, wieso es denn jetzt im Spiel nicht gut ist oder es nicht funktionieren würde. Würde sich dieses Video nur auf Sonic 1 beziehen, wäre es schon nicht gut. Aber mit so wenig Wissen und Inhalt dann das ganze Franchise beleuchten zu wollen, führt zu einem absoluten Train-Break. Dieses Video ist definitiv das schlechteste Video über Gunsonic in ganz Deutschland. Er hat ganz klar keine Ahnung von Sonic und hat den Release zu Sonic Mania damals als passenden Augenblick gesehen, diese ganzen Trash-Attiere aus Amerika mit dem jahrelangen Sonic-Ware noch nie gut Zeug nach Deutschland zu bringen. Wieso dieses Video so eine positive Resonanz hat, kann ich mir bis heute nicht erklären. Ich hoffe, dieses Video verliert langsam mal die Bedeutung, die es hat. Vergesst nicht, teilt das Video, liked das Video, folgt mir auf allen Social-Media-Plattformen in der Beschreibung. Wenn ich auch nur eine Beleidigung gegen Behinds sehe, werde ich sauer. Am Ende des Tages geht es hier doch nur um ein Videospiel-Franchise. Wir sehen uns beim nächsten Video, bis dann.